Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen Video Minecraft. Ich habe lange kein Minecraft aufgenommen, deswegen mache ich jetzt mal wieder. Also noch schon, aber auf der Videoversion dann nicht. Ich bin jetzt hier in meiner Welt. Es ist dunkel, also Nacht. Schön, dass ich mich so anhöre, aber ich bin krank, ich habe richtig doll gemussten. Und ich bin sogar heute nicht in der Schule. Deswegen. Aber, ich kann nicht mal richtig husten. Ich glaube nicht mal doll husten. Es ist alles... Okay, es ist nicht so schlimm. Aber, ich wollte nur noch kurz noch ein Video machen. Und, okay, ja. Auf ein bisschen. Ich kann auch nicht so richtig gut reden. Aber, es ist ja auch nicht so schlimm. Ne? Also... Aber wenn ihr dieses Video sehen, dann äh... bin... Wenn... 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 dann... dann... Kuh... kann ich nicht machen? So kann man noch machen. Ja, okay, kann man machen. Ich hab 8 Leder. Damit könnte ich mir eigentlich auch ein Dings machen, aber ich hab ja mein Haus nicht gefunden und deswegen will ich, äh, oh, bin auf dem Berg. Halt, aber ich hab, ähm, ich hab grad genießt, äh, das habt ihr auch ein bisschen gehört und, äh, ah, what, what's going on, what's going on here, what's going on here, was ist hier eigentlich los, wo ist mein Haus, ja, ihr habt ja eine letzte Part, ihr seht, ich hab mein Haus dann auch nicht wieder gefunden, denn, ich versuch's aber auch jetzt nicht wieder zu finden, weil das tut so. Und, ähm, wer, und, äh, oh, warum, Mensch, das ist so doof, der drückt immer, x. Ich will jetzt aber keine Birke abbauen, ich will jetzt keine Birke abbauen, ich glaub, das muss ich aber, weil es hier nirgendwo irgendein anderer Baum ist. Und, äh, oh, ich will jetzt mal hin, ich will jetzt mal hin, ich will jetzt mal hin, ich will jetzt mal hin. Jetzt, soll mir aber nicht ab, ich will doch nur schon hier. und nicht töten Upsi, Upsi wollte ich nicht das wollte ich wirklich nicht ich wollte ihn nur schlagen ich wollte ihn nicht darunter werfen und ich spiele nicht in äh kreativ das habe ich auch vorher nicht gemacht ich habe vorher nicht einmal gescheatet und irgendwie in eine Höhle Gold, Diamanten oder sowas gepackt dass ich nicht gescheatet habe ne, glaubt ihr mir das weil ich weiß noch nicht mal in welche Höhle ich gehen soll ich würde mal sagen wir gehen mal einfach hier ne, wer, da ist auch eine Spille und Creeper ich will doch nicht hin ich beschütze mich auch nur ja, wenn jetzt in eine Höhle gehen wäre sowieso nicht so richtig praktisch weil es mir ja dumm wäre wenn man sich jetzt an die Höhle gräbt weil da sind ja sowieso Monster drinnen und dann würden jetzt ganz bestimmt äh Monster drin sind dann ist es Nacht ich brauche hier noch ein Crafting Table warum mache ich das nicht gleich? ich brauche einen Stock und dann wird ein schweres Holz abbauen oder Bäume abbauen? nein ok, eigentlich brauche ich nicht mehr ähm 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 die wird nochmal einfach in die Höhle so gut zurecht ähm 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 ich bin natürlich jetzt berüstet aber natürlich finde ich mein Haus nicht wieder das ist blöd ich habe ja noch eine Holzachse warum bringe ich die denn nicht ähm ich brauche mich wirklich mal ein Haus nicht mehr ich brauche mich wirklich mal in den Hausten wo man sich jetzt noch und das unterschiedliche Farbe das steigen wird man auch nicht bauen da oben ist Kohle super weil ich brauche Fackeln die Fackeln kriege ich denn hier ähm ja ich will nur mal kurz den Druck ne dran sagen so, ich hab hier eher ok machen wir jetzt erstmal Kohle und wollen wir jetzt Fackeln machen oder nicht ich würde mal sagen schon deswegen ähm Holz also Stock ok dann mach ich aber nur eins also 4 Fackeln ok lassen denn ich werde nur in einer Lülle und das ist das einzige wofür ich die Fackeln brauche und ja da wollte ich mal sagen ich trau mich jetzt hier unten zum Weg oh Leute weil ich hab mir Angst gehabt gerade ich hab mich erschreckt ich hab gedacht da wär irgendwas aber es war nichts wie alt aber wir brauchen hier noch ein bisschen Kohle ist ja schön wenn wir so viel Kohle haben aber ja wir brauchen natürlich auch ein bisschen Licht Eisen 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 Direkt mal 6 Eifel Erz. Gut. 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 Ich mach mir mal mit dem Birkenholz. Mit dem ganzen Birkenholz. Mach ich mir jetzt ab 22. in der Tat das hat man aber ich mache noch mehr Ja, fackeln. Ja, macht mir acht Fackeln. Das wird alles gut sein, wenn ich sowas mache. Und ja, machen wir mal acht Fackeln und... Gehen. Was war das denn? Ich hab irgendwie so... Gehört. Schon wieder. Was ist denn das? Ich bin nicht durch den Kreis gelaufen. Ich dummkorb. Boah. Was ist denn das denn? Ich kann doch nicht Federmausch nennen, oder? Entschuldigung. War mein Akku? Ah. Wir machen weiter. Machen wir noch ein bisschen Eisen ab. Also bauen wir noch ab. Und so. So. Aber ich hab mich eben mega schreckt. Weil... da immer so ein Geräusch geließt. Das geht auch hier noch rein. Nein, eher nicht, weil ich sehe nichts. Okay. Dann würde ich mal sagen... Wir gehen hier mal hoch. Oder auch nicht. Weil... da oben... Weil ich glaube schon von da oben herkomme. was ist denn da oben herkomme? Ich nehme mal Bruchstein. Das wird langsam noch ungemüglich. Hier unten. Ja. 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 Na ja. Ja. Und dann haben wir noch... Wir haben auch raus geschockt. Und. Wir haben auch rausgeschafft. Und. Ja. Ja. Wir wollen mal sagen. Wir haben jetzt noch schnell entsprechend. Ja, ein kleines Euro auf den Berg oder so laufen, wäre doch ganz cool, aber, würde ich auch mal gleich mal sagen, das war's hier mit der Folge Minecraft Review Edition, bis dann und tschau!